Ja, das Lied ist eigentlich entstanden aufgrund der, ich würde mal sagen, nicht sehr rücksichtvollen Fahrradfahrer, ich bin selber einer, ich fahre gern Fahrrad, aber die bimmen zu wenig und meinen wie Verrückte auf den Bürgersteigen zu fahren und das finde ich nicht sehr schön und andererseits würde ich mich freuen, wenn der Stadt mehr Autos frei wäre, aber das würde auch bedeuten mehr Stress frei. Ja, machen wir das Lied bimmeln. Da ist die Fahrradklingel, ein lustiges Gebimmel, die Freiheitsschuhe erleben, sich auf den Zaddel heben. Doch müssen wir genießen, die anderen nicht verdriesen, Bürgersteig sind für Leute, das gilt besonders heute. Wollen wir schnell rasen, dafür haben wir Straßen, da sind wir wenig geschützt, was niemanden wirklich nützt. Autoverkehr einschränken, da gibt's viele Bedenken, ja wirtschaftlicher Schaden, keiner kommt im Laden. Doch das Auto ist schon viel Platz, zweier Raum, der größte Schatz, sollt den Menschen gehören, Autos vor allem mal stören. So lasst uns bummeln, bimmeln und auf den Plätzen wimmeln, das Leben dort auch leben, ohne Auto daneben. Aber das braucht man auch leben, zum Leben. Dankeschön. Ja, ich sage ja, ohne Auto kommt mir nirgendwo hin mehr. Untertitelung des ZDF, 2020